Ja, herzlich willkommen vom Weltjugendtag. Wir sind heute am Donnerstag hier auf diesem Feld, das heißt Parque Eduardo VII, Parque Eduardo VII. Es ist eines der zentralen Plätze. Heute Abend trifft sich hier die Jugend der Welt, die katholische Jugend der Welt mit Papst Franziskus. Und das ist das Vorprogramm. Vielleicht seht ihr hier im Hintergrund schon die Bühne. Die Jugend wird angeheizt, das Wetter ist super, viele Fahnen sieht man hier. Und ich zeige euch mal, dass das nur der Anfang ist. Wir erwarten 390.000 Jugendliche heute, aber es sind erst ein paar 10.000 hier. Man sieht auch einige deutsche Fahnen, das heißt also auch Deutschland ist hier vertreten. Schaltet ein, wenn es heute Abend mit dem Papst hier weitergeht. Bei ewtn.de findet ihr die Links. Bleibt dabei, alles Gute und Bon Dia.